So, es ist Samstag, 17.09 Uhr, ich weiß nichts mit mir anzufangen. Ach, habe gerade schon ein paar Unboxings gemacht, wenn ich so langweilig war. Also werde ich jetzt mal große Operationen spielen, würde ich sagen. Ich gucke gerne, ob wir da was reißen können. Aber ich bin ja ein Noob for Life, das wird nichts werden. Ich werde wieder ein bisschen mit dem Sniper rumspielen. Ich möchte irgendwann auch mal eine andere freischalten. Der Konflikt eskaliert. Nice. Und die Niederländer ihre Heimat verteidigen, bricht eine zweite deutsche Armee durch, die Ardennen nach Frankreich durch. Die Alliierten rücken Richtung Feind vor, im bestreben Blabla, ich kann gar nicht so schnell lesen. Hm. Ist egal. Falls sich einer das Video anguckt, hat er es bestimmt gelesen. Der Sauer hat uns den Weg nach Frankreich geöffnet. Der Sauer. Unser nächstes Ziel sind die feindlichen Artillerie-Batterien. Ja. Springt hinter den feindlichen Linien ab. Machen wir. Findet die Tornister-Sprengsätze und zerstört damit die Kanonen. Schlagt hart und schnell zu. Hart. Hart und schnell. Ich nehme ganz hart, wie ich bin. Oh, was ist denn das? Cool. Das ist ein Flugzeug. Juhu. Ich bin nur 118, wir können mal abstehen. Oh, 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 oh. Wie schnell habe ich mich noch eingestellt. Oh, kommt noch raus, bitte. Wurte. Wurte. Ja. Ich bin auch in der Flugzeug. 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 Kein Flakfeuer, was ist denn hier los? Alle Ziele müssen tausend werden. So, wir rennen wollen jetzt mal hin. Egal. Wir rennen jetzt erstmal die Straße runter, was wäre geil. Da wo halt Wüste Ballast wird. Auch bisschen in die Rücke. Oh Gott! Ist mir mal einer. Hallo! Hallo ich lieg hier! Oh mein Gott! Danke. So, jetzt gucken wir mal, ob er irgendwen ins Visier prügt. Oh ja, da ist einer. Was? Eiea! Schande, okay wir müssen hier nur von der Seite rangehen. Das wird mir keiner nett hier. Wir gehen einfach... Nein, ich werd mal schnell sterben. Ah, da muss ich jetzt schon wieder abspringen. Das find ich jetzt kacke. Wir müssen langsam mal einen Point einnehmen. Ist hier vielleicht einer? Ne. Dann sporn ich mal einen Trick. Diese geile Schlacht. Da ist einer da. Da ist einer da. Da ist einer da. Bei Asien. Oh, da sind auch viele. Okay, warte, wir können ja mal gucken. Wir können ja erstmal was bauen hier. Oh, da. Da links sind welche. Oh mein Gott. Das war wichtig. Das war wichtig. Das war wichtig. Wirklich! Wirklich! Scheiße Das ist einer, aber ich glaube, wieso werde ich nicht landen? Ach man Mann Hier hinter dem Flugzeug fliegt der Junge rum, mein Gott Ey Und wieder ein Sniper, leck mich Scheiße, Scheiße, helf mir HILF MIH, DIE KANON DIR, ALTER IST DAS VOLEN ARSCH hier, was soll denn, oh mein Gott Super, super, alter Ja Ich bin nach vorne, brauche ich hier was Ziel Anton ist jetzt fast Schau, alter, will ich demnächst erstmal ein Ziel einnehmen Hier kann ich mich denn mal hinlegen, Mann Ach da So mein Freund Sehen wir erstmal B hier, würde ich sagen Okay, er ist tot, aber ich habe auch ein bisschen schlachten Ich habe auch keinen Sprengsatz, das ist ein bisschen problematisch Ja Baby Wir haben zu jedem mal ein Sprengsatz geboten Wir haben zu jedem mal ein Sprengsatz geboten Hm, macht eh keiner Tja, wo wusste ich das Was Nein, jetzt brauchen wir nicht wieder bei ihmchen hier Wir haben einen Sprengsatz geboten Ja Mann, wir haben einen Sprengsatz geboten Ja Mann, wir haben einen Sprengsatz geboten Okay, brauche ich auf die Böse Wir haben einen Sprengsatz geboten Ja, das hilft uns nicht Oh mein Freund kann ich einen Sprengsatz, wenn ich keinen habe Wir sind fast geschlagen, legt endlich einen Zahn zu Und das ist ein Sprengsatz, wir haben einen Sprengsatz geboten Das ist was Wir haben einen Sprengsatz geboten Und jetzt bin ich nicht ein bisschen wiederbelebt Und ich lege hier im Kanger, hilft mir Danke, ach da kommen sie Okay nice Sind wir jetzt schon fast tot? Wir haben überhaupt noch gar keine Ziele eingenommen, Mann. Was soll denn das? Okay, dann werde ich da mal schon umspawnen, was soll das? Wie lange denn noch? Ja, wir sind tot, wir haben 16 Uhr noch. Okay, schade. Denk an deine Heimat! Denk an deine Heimat! Oh! Achtung! Wir haben zwei jeden Sprengsätze gewonnen! Oh! Alter, wir haben ja noch nicht mal B-Rufgehert! Oh Gott! Waren wir schlecht! Enttäuschend! Unsere Fallschirmjäger haben nur wenige feindliche Kanonen zerstört! Wenige? Eine! Die Artellerie wird unseren Vorstoß ohne Zweifel weiterhin behindert! Aber unsere Befehle bleiben dieselben! Wir sollen die Verteidigung der Alliierten durchbrechen und weiter nach Paris ziehen! Angreifer Bonus zum nächsten Tag! Nischt! 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 Na ja, gut, dann ziehen wir halt mal weiter! Wie viel Kürz haben wir denn schon? Ein paar! Hm... Hm... Das ist mal besser! Definitiv! Ja! Hm... Hm... Überwältigt ihre Verteidigung und sichert eure Bereiche! Machen wir! Mein Freund! So, jetzt gucken wir mal, wie weit sind wir denn hier eigentlich anpassen? Nöö... Da wollte ich nicht hin! Äh... Könnte ich... Kann ich mir nicht so einen gründlichen Baum angucken? Nö... Könnte ich nicht! Wann ich was freigeschaltet fliege? Haben wir irgendwas freigeschaltet? Ich glaube wir haben einfach gar nichts freigeschaltet! Hm... Okay, dann nehmen wir einfach nichts mehr rein! Ist egal! Los geht's! Von 20 Sekunden noch! Wir haben... 2 zu 4! Wow! Zwei Garniode Kürz! Puh! Der weiß über den A22 zu... Wow! Okay! Gucken wir mal, ob wir irgendwas bauen können hier! Was soll denn das? Muss ich doch mir was beigüben lassen! Bauen! Ich hab keine Ahnung was ich hier baue! Ich hab keine Ahnung was ich hier baue! Okay! Okay! So... Ich hab ein tolles Loch hier gehabt oder was? Das ist alles? Da fliegt das Loch? Mehr nicht! Hallo! Ich will noch mehr bauen! Okay! Ja Baby! Los geht jetzt! Juhu! Ja Baby! Los geht jetzt! Juhu! Juhu! Die sind ja überall da schon! Hey! Oh! Okay! Nice! Also beim Autofahren bringt einfach mal gar nichts! Wir kommen bis zum nächsten Baum und dann immer einfach voll! Alter! Was soll denn das? Die sind da an der Seite schon überall! Lass mich mal einer hoch! Ach du siehst du gerne! Okay! Damp nochmal! Hilft mir! Okay! Okay! Einmal versuch ich's noch! Aber das ist auch das letzte Mal! Was haben wir hier? Oh ja! Wie kann ich die eigentliche abnehmen? Wenn wir das mal sagen! So! Jetzt möchte ich gerne mal mit diesem Fahrzeug irgendwo hinfahren! Wo ich auch mal ein bisschen was... Oh mein Gott! Hallo! So! Und ich geh' durch! Äh das ist... Äh das ist... Äh das ist Spur! Lautenkettenfahrzeug! Alter! Was ist denn das für ein Sch... Alter! Was ist denn das für ein Sch... Was ist denn das für ein Sch... Alter! Ich häng' an mir! Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Sch... Was ist denn das für ein Sch... Was ist denn das für ein Sch... ... Troll! Wurzugsverdammten Hände im schwersten Film, Mann! Ey! Das geht mir doch gar nicht! Oh... Was ein Troll! Kann mir das mal erzählen, wer uns dahin gefahren hat? Also, das ist ja unheimlich. Ich hab keine Ahnung, was sie tun. Ich nehm' aus meinem Versorger. Schlimmer kann's nicht werden. Wir versorgen, das ist nicht so. Wo ist denn, 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 wo ist denn... Jetzt nichts. Jetzt noch besser! Das ist ja nichts. Machen wir mal ein bisschen zurück, Alter. Ich will zuerst wieder was sehen. Ich seh einfach nichts mehr. So, jetzt haben wir mal was ich gesehen. Wir können Maschinen bereiten. Was? Au! Au! Alter! Wirklich? Wirklich? Ich sterbe! Ich brauch Hilfe! Ich sterbe, sag ich, Leute. So, jetzt wollen wir hier mal hinbauen. Gucken, ob wir was bauen können. Wieso? Wieso? Wofür baue ich diesen Moment? Das bringt mir doch eigentlich gar nichts. Wenn wir dort schon in der Mitte eher was bauen könnten. Wenn wir dort schon in der Mitte eher was bauen könnten. Ja. Okay, okay, okay. Okay, jetzt mal ein Flugzeug hier. Ist das einer von denen? Oh Mann, wo ist denn einer? Oh, da ist einer. Wirklich? Ja, ja. Ja, 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 ja. Wir haben Ziel Anton verloren. Dann werde ich mich da reinsetzen, was soll der Gleitsch? Ernsthaft, da hat er sich fast gefahren. Alter, wo sind die denn? Ich bin so schnell.